Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11567 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Influencerin Laura gibt Tipps für kreative Fotos ohne teure Ausrüstung. Influencerin Laura gibt Tipps für kreative Fotos ohne teure Ausrüstung. In den Armen meiner Mutter fühle ich mich sicher und geborgen. Hier ist es schöner als im Kinderbett. In den Armen meiner Mutter fühle ich mich sicher und geborgen. Hier ist es schöner als im Kinderbett. In den Armen meiner Mutter fühle ich mich sicher und geborgen. Hier ist es schöner als im Kinderbett. Die Menschen in diesem kleinen Paradies teilen miteinander und helfen sich gegenseitig. Wir sind das Ärzte-Team, das Sie brauchen. Freiheit bedeutet, sich ungehindert entfalten zu können. Ich werde das Problem lösen, aber ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich werde das Problem lösen, aber ich brauche Zeit zum Nachdenken. Möchtest du die Kleidung in deinen Schrank legen? Alles ist frisch gewaschen. Möchtest du die Kleidung in deinen Schrank legen? Alles ist frisch gewaschen. Möchtest du die Kleidung in deinen Schrank legen? Alles ist frisch gewaschen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Kleidung in deinen Schrank legen. Untertitelung des ZDF, 2020